Hey, der Typ da hinten, der legt sich immer auf meine Wiese, ne? Und da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich jag den Typ in die Luft. Achtung, bitte! Achtung! Boah! Ey, dem bin ich los! Ich lese immer in der Pause Briefe durch. Und hier. Lieber Bernd, würdest du wieder meine Katze füttern? Ich bin bereits im Urlaub und würde mich freuen, wenn du dich drum kümmerst. Bitte denkt dran, sonst verhungert nämlich das liebe Tier. Du kannst ja auch Mäuse packen, oder? Oder Vögel. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Brief kommt nicht an. Ach, der muss eigentlich ankommen. Ja, der muss ankommen, richtig. Aber ich habe eine Katzenallergie. Aber die haben ja Nerven, so. Ich habe eine Katzenallergie, sag ich Ihnen nicht. Ich hasse Katzen, ehrlich gesagt. Diese furchtbaren Viecher. Ja, ich krieg Schnupfen. Dann schicken Sie ihm solche Katzenbriefe und ich krieg Schnupfen davon. Ja, die alte, ja genau, die alte hat die Oma eben. Und so ist mit den ganzen anderen Leuten auch. Ich will gar nicht wissen, was da drin steht. Das geht mir manchmal alles wirklich auf den Geist. Da brauchst du nicht so viel Lauf. Dann kriegst du ewig Anrufe, ne? Ja, genau. Und dann... Keinen Bock drauf, oder? Ja, hast du richtig gemacht, ganz richtig. Alles klar, Junge. Tschüss. So hätte ich das auch gemacht. Na eben. Alles klar.